Musik So, wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit unserem Studiokonzert. Und wer sind wir? Wir sind Autopilot. Hab ich das eben gesagt? Es war im Februar 2009. Am Freitag, den 13. Tag der Revolution. Ich bin morgens aufgewacht und hatte nachts einen Traum. Hab darüber nachgedacht. Ich hatte einen verrückten Traum. Ich sah Leute, die keine waren. Sagt im Auto, ohne zu fahren. Es lief einfach alles weiter. Doch keiner hat was getan. Aber alle haben mitgemacht und nicht darüber nachgedacht. Alle haben mitgemacht. Keiner hat nachgedacht. Es war eine Prophezeiung. Wir brauchen Revolution. Kampf den Roboter. Wir machen Revolution. Es war eine Prophezeiung. Wir brauchen Revolution. Kampf den Roboter. Wir machen Revolution. Revolution. Alle stehen dauernd neben sich. Alles nur Projektion. Paralysiert und skelettiert durch Desinformation. Der Typ da neben mir ist mein Roboter. Kinder verkleiden sich als Harry Potter. Das ist unsere Prophezeiung. Wir machen Revolution. Kampf den Roboter. Wir machen Revolution. Wir machen Revolution. Das ist unsere Prophezeiung. Wir machen Revolution. Kampf den Roboter. Wir machen Revolution. Und es steht neben mir mein ich Roboter. Kinder verneigen sich vor Harry Potter. Das ist unsere Prophezeiung. Wir machen Revolution. Wir machen Revolution. Kampf den Roboter. Wir machen Revolution. Wir machen Revolution. Das ist unsere Prophezeiung. Wir sind unsere Prophezeiung. Kampf den Roboter. Wir machen Revolution. Wir machen Revolution. Ich war 15 und hatte die Schnauze voll vom Flöten- und Orgelunterricht. Und habe mir gedacht, ich mache Rock'n'Roll. Ja, ähnlich. Ich hatte auch die Schnauze voll gehabt von Flötenunterricht. Und habe überhaupt keinen Flötenunterricht gehabt. Woher willst du das denn wissen? Na, ist ja egal. Ich habe einfach angefangen, Musik zu machen. Und weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich drehe mich um, aber noch keiner verfolgt mich. Ich starr die Wand an und die Farbe verfertigt. Es atmet, es regt sich und meine Optik verzieht sich. Soll ich lachen oder soll ich schreien? Ich will mich nur von meinen Zwängen befreien. Erst lache ich, dann schreie ich. Mein Licht betäubt sich. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Ich seh die Augen untergehen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Schließ deine Augen und du wirst sehen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Ich seh die Augen untergehen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Schließ deine Augen und du wirst sehen. 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 Ich mach den Kopf zu, mein Auge verdreht sich. In neuen Räumen meiner Seele versteht sich. Wer ist das? Bin ich das? Mein Spiegelbild versteht mich. Hauptsache abgehend, ich muss mich bewegen. Gelenk und Sound sind völlig am Schweben. Abtanzen auf anderen Ebenen. Ist es Zeit, wieder nachzulegen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Ich seh die Augen untergehen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Schließ deine Augen und du wirst sehen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Ich seh die Augen untergehen. Ich seh die Augen, seh deine Augen. Schließ deine Augen und du wirst sehen. Du wirst sehen. Abtanzen auf anderen Ebenen Es ist Zeit, wieder nachzulegen Ich seh die Augen, seh deine Augen Ich seh die Augen, gute Eben Ich seh die Augen, seh deine Augen Schließ deine Augen, du wirst sehen Ich seh die Augen, seh deine Augen Ich seh die Augen untergehen Ich seh die Augen, seh deine Augen Schließ deine Augen, du wirst sehen Du wirst sehen Durch eine Single-Börse, ich habe halt einen Freund gesucht und ich habe jetzt in ihm einen gefunden. Das ist totaler Schwachsinn. Ich hatte früher eine Band und er hat ein paar Remixes für uns gemacht und die fand ich ganz gut. Und nachdem sich meine alte Band dann aufgelöst hat, haben wir uns zusammengetan, um neu in den Wahnsinn zu veranstalten. Spieß doch nur Gitarre, weil du nicht tanzen kannst. Machst den großen Larry beim Gitarren-Kaffee-Kreis. Ob Dings oder Bums, Hauptsache Metall. Headbangers Ball. Feedback überall, überall. Feedback überall, feedback überall. Lass den, lass den, lass den, lass den. Ich sag, hör auf mit dem Rohr, lass den Rohr. Hör auf mit dem Rohr, lass den Rohr. Machst auf jeder Bühne sofort die Beine breit. Distortion ohne Ende, zum Stimmen keine Zeit. Dein Verstärker gibt es selbst, weil du das so brauchst. Zieh den Sticker raus, so an Muttern Klaus. Du hängst an deinem Kabel, wie ein Junkie an deinem Nabel. Bekommst ne Erektion ab 150 Pfund. Du wickst über das Griffbrett, ohne Sinn und Verstand. Bis auf den besten Weg ins Gitarrenfickerland. Lass den, lass den, lass den, lass den, lass den. Ich sag, hör auf mit dem Rohr, lass den Rohr. Hör auf mit dem Rohr, lass den Rohr. Lass den, lass den, lass den, lass den, lass den. Ich sag, hör auf mit dem Rohr, lass den Rohr. Hör auf mit dem Rohr, lass den Rohr. Ich hab eigentlich, also Einflüsse hab ich eigentlich, früher aus den 70ern halt, Elektronik-Bands halt wie Tangerine Dream oder John-Michel-Jah. Mucke-Technik hat das zwar nichts mit dem zu tun, aber... Das war total schwul. Das war nicht schwul, ich fand's cool, das war ein geiler Sound, den die damals gefahren haben. Naja, auf jeden Fall, das waren halt die Einflüsse. Aber sonst so... Ja doch, Afrika Bambaata aus den 80ern, Grandmaster Flash, ein bisschen NDW-Zeugs. So, und das ist so die Einflüsse, die ich halt so habe. Schön. Du hast mich korrekt. Äh, Einflüsse hab ich eigentlich keine wirklich.